Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Ja, das Ganze heute mal mit einem neuen Audio Interface und wie ich jetzt als nachträglich gemerkt habe, war mein erster Durchgang komplett übersteuert. Ja, darum das Ganze nochmal. Dieses Mal geht es um Poxmox 8.0, was ich jetzt auch mal auf echter Hardware installiert habe. Zum Glück ist das Gerät in einem anderen Raum, ansonsten kann man wirklich bloß daneben sitzen, wenn man Ohrenschütze auf hat. Also das Ding ist richtig, richtig, richtig laut. Darauf habe ich eben Poxmox 8 installiert und ein RAID Z1. Da sind insgesamt drei Festplatten drin, also rotierende Magnetplatten drin und eine SSD. Und diesmal geht es darum, dass ich diese SSD als Zwischenspeicher für Schreiboperationen verwenden möchte, wie man das einrichtet und wie ihr Poxmox 8 auch ohne Abo verwenden könnt. Ja, bleibt dran oder guckt was anderes. Für diejenigen von euch, die Poxmox noch nicht kennen sollten, einmal in Kurzfassung, das Ganze ist eine Virtualisierungslösung, die ihr direkt auf Blech installiert. In Videos haben wir das in verschiedenen Varianten auch schon mal in Virtualbox gemacht, weil sich das besser zeigen lässt, aber für Produktivumgebung installiert ihr es natürlich direkt auf Server-Hardware. Das Ganze basiert auf Debian in der Version 8.0 von dem Poxmox, basiert es jetzt auf Debian 12 und es hat quasi zwei Betriebsmodi. Einmal eine Vollvirtualisierung auf Basis von KVM, da könnt ihr direkt Betriebssysteme drin installieren über ISO, also wie ihr so ein Betriebssystem quasi auf einem richtigen Rechner installieren könnt. Das macht ihr denn auch genauso hier in Poxmox und KVM Virtualisierung. Dann gibt es auch noch die LXC-Container-Virtualisierung, da habt ihr vordefinierte Container für Debian, für Ubuntu, für Fedora, Alma Linux und so weiter. Und das ist eher so eine abgespeckte Variante, wo sich der Container, genau denselben Körnel, mit dem MoS-System teilt und deutlich eingeschränkter ist. Aber wenn das für eure Umgebung reicht, könnt ihr auch Container nehmen, die sind deutlich effizienter als so eine Vollvirtualisierung. Und was auch noch schön an Poxmox ist, es hat ein eingebautes ZFS, also so ein super duper Dateisystem, was von einigen Leuten wirklich sehr hoch gejubelt wird. Das hat sehr schöne Features, ich habe es quasi in Produktivbetrieb nicht wirklich irgendwo, soweit ich weiß. Ja und guckt euch einfach die beiden Videos, die ich zu diesem Themenbereich schon mal gemacht habe. Das eine ist LXC-Container, zwar auf dem Raspberry Pi, aber die Grundlagen erkläre ich da und das lässt sich auch übertragen auf die x86-PC-Architektur. Ein bisschen mehr zu ZFS mache ich im anderen Video, zu Proxmox 7.3, aber letztendlich das ZFS da drunter, von der Art her ist es quasi genau dasselbe. Ja, schaut euch gerne diese Videos an oder lasst es halt auch bleiben. Was ich heute mit euch vorhabe, ist einmal, wie man Proxmox auch ohne ein Abo verwenden kann. Normalerweise möchte die Firma, die hinter Proxmox steht, gerne ein Abo an euch verkaufen. Das ist auch vollkommen legitim, die müssen auch von irgendwas leben. Und mit diesem Abo unterstützt ihr auch die Weiterentwicklung von Proxmox als freier Software. Also wenn ihr euch das leisten könnt und Proxmox in Produktivumgebungen einsetzt, dann gönnt euch bitte so ein Abo. Ansonsten, wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr Proxmox auch umkonfigurieren. Das auch mit dem Segen von Proxmox selbst. Also unten sind diese beiden Quellen verlinkt, wo ich das hier so ein bisschen vereinfacht aufgeschrieben habe. Ihr könnt diese Quellen verwenden, die ja also keine No Subscription, also kein Abo letztendlich brauchen. Die Pakete sind wohl weniger getestet, aber ich habe gehört, dass Leute, die auch wirklich verwenden für Produktivumgebung und damit noch nie Probleme gehabt haben. Ja, ich denke mal, da ist was dran, aber wenn ihr Geld übrig habt, dann bleibt wirklich bei diesen Enterprise-Paketquellen. Wenn ihr das Ganze jetzt einmal umstellen möchtet, dann löschen wir hier einmal diese Paketquellenlisten-Datei für die PVE, also die Proxmox-Software in der Enterprise-Version. Und dasselbe machen wir auch für SEV. Das ist so ein Dateisystem, was über den ganzen Cluster gespannt wird. Und machen eine neue Datei. Einmal das hier ist der Dateiinhalt und der landet dann in einer neuen Paketquellenlisten-Datei, die so heißt. Die kann auch anders heißen, wenn ihr es anders haben möchtet. Wichtig dabei ist, dass die mit Punktlist aufhört. Und dasselbe machen wir für SEV, also hier löschen und dort diesen Inhalt, natürlich alles, was da steht, in eine neue Datei schreiben. Nachdem wir das dort in diesen Textdateien eingetragen haben, holen wir uns von den betreffenden Servern, also von den beiden Proxmox-Quellen hier, die Liste mit den verfügbaren Paketen, damit APT weiß, was gibt es da. Und hinterher machen wir ein Upgrade. Damit werden die Pakete aktualisiert, die auf eurem Proxmox-Server bereits drauf sind. Und das minus Y, das bedeutet, dass keine weiteren Nachfragen von APT kommen. Also sonst würdest du fragen, sollen wir das jetzt wirklich aktualisieren? Und mit minus Y macht APT sofort weiter und fragt gar nicht erst. Wegen der bereits erwähnten Tonprobleme und weil ich den Proxmox-Server jetzt nicht nochmal komplett neu aufsetzen möchte, zeige ich euch das jetzt mal, wie das von der Ausgabe her war. Also das ist schon durchgelaufen. Ihr seht das nicht in live, sondern eben bloß die Konserve quasi davon. Also ich habe mich mit Root-Rechten auf meinem Proxmox, der bei mir einfach bloß PM heißt, eingeloggt. Und dann werden diese, ja, also diese Datei und die SEV-Datei gelöscht. Gut, genau. Und da ich das vorher schon mal gemacht hatte, hat er die ja nicht gefunden. Aber wenn ihr das das erste Mal ausführt, dann sollte es ohne Rückgabe funktionieren. Dann haben wir hier das Eintragen von den Paketquellenlisten, wo ich hier da quasi das eintrage. Das ist genau dasselbe, was wir gerade in der Folie gesehen haben. Und hier ist APT-Update, also Abholen von Paketinformationen vom Debian-Projekt. Also das Ganze basiert ja auf Debian 12. Also werden hier diese Bookworm-Paketquellen auch mit den Updates und mit Security eingebunden. Da wird der aktuelle Stand runtergeladen. Und wir haben hier einmal SEV-Quincy heißt dieses Release. Und das gibt es ja nochmal. Und PVE, die Software von Proxmox-Apes, die wird dann auch, ja, also da wird dieser Paketindex runtergeladen. Dann dauert das ein bisschen. Dann sagt mir APT hier auch schon, 55 Pakete können wir aktualisieren. Ich könnte auch gucken, welche Pakete das nun genau sind. Aber normalerweise interessiert mich das ja nicht. Ich möchte eigentlich immer alles auf den aktuellen Stand bringen. Also mache ich hier APT-Y-Upgrade. Dann läuft das los. Da gibt es dann nochmal so eine Übersicht hier. Übrigens, diese Pakete, die werden jetzt aktualisiert. Und ein neuer Kernel wird auch noch installiert. Dann legt das Ganze hier los und lädt die Pakete runter. Dann werden die hier auch schön entpackt. Und da wird vorbereitet. Dann wird noch mehr entpackt. Dann wird hier rumkonfiguriert. Und ja, am Ende werden die Kernel aktualisiert. Da wird so ein init-rd-Dateisystem angelegt. Also das ist so ein minimales Dateisystem, wo sich eine minimale Linux-Distribution befindet. Die wird als erstes angestartet und über dieses Minimalsystem wird letztendlich das gebootet, was dann auf eurem RAID oder auf eurer Festplatte SSD drauf ist. Und da wir hier in diesem System drei Festplatten, also Magnetplatten drin haben, wird es so eingerichtet, dass hier Proxmox den Kernel auch wirklich auf allen drei Platten nochmal neu installiert. Und deswegen auch dieses Innetram FS auf allen drei drauf packt, damit wirklich jeder auch startfähig ist. Ja, dann wird das Ganze hier nochmal eingebunden in den Bootmanager, der sich auch auf allen drei Geräten befindet. Ja, und dann geht das lustig weiter hier, bis wir wirklich irgendwann mal am Ende sind. So, dann ist das System wirklich aktualisiert auf dem neuesten Stand, aber eben mit den Paketquellen, die nicht auf dem Abo-Modell basieren, sondern wirklich frei verfügbar sind. Damit hätten wir ja schon quasi den ersten Punkt, den ich heute vorhabe, schon mal abgehakt. Ich möchte jetzt das Ganze aber noch ein bisschen beschleunigen. Ich habe drei Festplatten drin, also Magnetplatten, die Köpfe, die da drin sind, hin und her schwingen und ja nicht unendlich schnell sind, sondern wirklich mechanisch an den richtigen Punkt bewegt werden müssen, damit die Daten schreiben können auf den rotierenden Platten oder davon lesen können. Das dauert alles eine gewisse Zeit und wenn man das Ganze beschleunigen möchte, nimmt man eine SSD und die wird verwendet einmal für dieses ZIL, also das ZFS Intent Log. Da werden Informationen gespeichert über ausstehende Schreibvorgänge. Also das ist quasi so eine Art Logbuch, wo reingeschrieben wird, ja wir müssen noch folgende Daten auf der Platte ablegen und da wird ein Eintrag gemacht. Und wenn das stattgefunden hat, also wirklich physikalisch geschrieben wurde, dann wird dieser Eintrag auch wieder entfernt. Also das ist das Log dabei. Und man kann zusätzlich auch noch einen Schreibpuffer auf der SSD anlegen, wo Daten zwischen gepuffert werden, also wirklich physikalisch dort abgelegt werden. Und beim Stromausfall wären die noch da, denn die SSD, die verliert ja nicht ihre Daten, bloß weil der Strom weg ist, im Gegensatz zum RAM-Speicher. Ja und wenn man Daten erstmal auf der SSD zwischenspeichert und dann zurückschreibt auf die Magnetplatten, wenn quasi Zeit ist, damit geht das Ganze ein bisschen schneller. Keine Ahnung, wie viel schneller das jetzt wirklich ist, aber das kommt sehr auf die Hardware drauf an. Das ZFS oder der RAID-Verbund, den man über das Proxmox-Installationsmedium anlegen kann, der bindet keine SSD ein. Also da hat man einen sehr einfachen Dialog, wo man bloß auswählen kann, nimm jetzt diese Platten und mach daraus irgendein RAID. Gibt es verschiedene Varianten bei oder man kann auch mit ButterFS ein RAID draus machen und so weiter. Aber man kann jetzt nicht sagen, hier hast du noch eine SSD, verwende die jetzt bitte zum Zwischenspeichern von diesem Log hier und als Schreibpuffer. Das geht da nicht. Das muss man nachträglich nachholen, wenn man das System schon aufgesetzt hat. Das Ganze ist auch relativ kurz beschrieben hier drin in der Dokumentation zu Proxmox. Ich habe das Ganze jetzt mal in so ein Skript gegossen oder vielmehr in so einzelne Anweisungen, die wir gleich mal durchgehen. Also hier habe ich einmal Parted. Das brauche ich für meinen Skript. Das ist so ein Partitionierungsprogramm auf der Kommandozeile. Das kann man auch skripten. Das brauche ich an einigen Stellen. Gucken wir uns gleich mal an. Nachdem wir das installiert haben, möchte ich eine Auflistung von allen Speichergeräten, nenne ich das mal. Da kriegt man eingebundene Festplatten. Ja, wenn SD-Karten, USB-Sticks oder sonst irgendwas drin sein sollten, wird das auch mit aufgelistet. Und natürlich die SSD, die wir haben möchten. Da kriegen wir gleich eine schöne Liste. Und für meinen Skript möchte ich diesen Gerätedateinamen in dieser Variablen dev abspeichern für Device. Und unter dev.sd irgendwas befinden sich die über SATA angeschlossenen Geräte, also SSDs, HDDs. Und wenn ich da so ein 2MM2, ich komme immer durcheinander damit, wie das Ding heißt. Also wenn ich das über so eine andere Variante angeschlossen hätte, die SSD, dann würde das NVME sonst irgendwas heißen. So, das gucken wir uns jetzt auch wirklich einmal an. Denn das habe ich in meinem vorigen Durchlauf noch nicht gemacht. Also von daher, daran könnt ihr jetzt teilhaben. Dann einmal hier. Also kopieren, einfügen. Ich möchte jetzt einmal Parted installieren. Letztendlich diesen einfachen Befehl hier mit Parametern. Wird das runtergeladen. Parted ist ja nun auch nicht wirklich groß. Ist schon drauf. So, jetzt sage ich hier Parted-L zum Auflisten von den verschiedenen Geräten. Gehen wir einmal von oben nach unten durch. Also hier ist mein RAID-Verbund mit 440 GB. Das Ganze dreimal. Und das sind so, ja, Seagate-Platten. Also die sind auch schon relativ gut abgehangen. Das System ist auch schon über 10 Jahre alt. Darum wurde es auch aussortiert. Und was man dabei noch sehen kann, ist, dass auf jeder von diesen Platten einmal GRUB drauf ist. Eine kleine Partition für GRUB. Also die ist ungefähr ein Megabyte groß. Dann haben wir hier eine 1 Gigabyte große V32-Partition für die verschiedenen Körnel für diese Init-RDs. Und dann haben wir jeweils ein ZFS, was die Daten aufnimmt. Und dieser Verbund aus diesen ganzen einzelnen ZFS-Dateisystemen ist ein RAID-1. Also dieselben Daten werden wirklich auf alle Festplatten gespiegelt. Und beim Lesen soll es so sein, dass alle drei gleichzeitig ausgelesen werden. Theoretisch haben wir damit eine Verdreifachung der Leseleistung. Und beim Schreiben müssen natürlich dreimal die Daten geschrieben werden. Das macht es insgesamt natürlich langsamer, weil das Ganze per Software funktioniert. Und dafür ist dieser SSD-Zwischenspeicher da, um das Ganze zu beschleunigen beim Schreiben. Als letztes haben wir jetzt noch diese SSD hier. Die ist auch kleiner als die anderen. Und die möchte ich jetzt als Schreibpuffer für diese Logs und auch für den Puffer mitverwenden. Das gucken wir uns jetzt auch erst nochmal als Trockenübung an. Nachdem ich mir jetzt hier in der Variablen da zwischengespeichert habe, dass dieses Gerät DEVSDD ist. Das ist das hier. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr das Richtige erwischt. Wenn ich jetzt hier was Falsches eintrage, würde ich meinen RAID damit zerstören. Und ich denke mal, beim Hochfahren hätte ich da schon ein Problem. Dann muss ich mit irgendwelchen Reparaturwerkzeugen da dran. Das möchte ich nicht. Also von daher guckt lieber zwei, dreimal hin, dass ihr auch wirklich das Richtige erwischt. Aber das ist in meinem Fall das Richtige. Für euch ist es vielleicht was anderes. Wahrscheinlich was anderes. Also Augen auf beim Auswählen. Also ich speichere das jetzt hier ab in der Variable. So, zack. Da ist es jetzt drin. Dann einmal zurück zu dem, was ich noch vorhabe. Also zweiter Teil hier davon. Ich möchte erst mal auslesen, wie groß meine SSD ist. Da mache ich so ein bisschen Shell-Magie drüber. Ich verwende jetzt Parted. Gebe an, dass ich das mit diesem Gerät anwenden möchte. Ich möchte als Ausgabegröße, also als Einheit für die Ausgaben, möchte ich Megabyte haben. Und Print ist der Befehl, der eine Auflistung macht. Ich mache das jetzt einfach mal direkt hier in der Shell, damit wir sofort ein Ergebnis sehen, was dieser erste Teil macht. Da springe ich wieder rum. Hupp. Einmal da hin. Da haben wir hier diese Auflistung. Die interessante Zeile ist ja die hier. Da steht drin, wie viel Megabyte das Ganze hat. Er sagt mir hier, da ist noch keine Partitionstabelle drauf. Erkennt das noch nicht. Ist aber auch in Ordnung, da ich diese SSD vorher einmal mit Nullen überschrieben habe. Wieder zurück zur Seite hier. Ich möchte jetzt bloß noch die Zeile haben, die den Gerätedateinamen drin hat. Also die ist dev irgendwas. Und wenn ich das jetzt noch mal an meinen vorigen Befehl dran klebe, habe ich nur noch diese Zeile hier. Das hier kommt auf den Fehlerkanal. Das wird quasi nicht weiterverarbeitet. Das sehe ich hier zwar in meiner Shell, aber es wird nicht weiterverarbeitet im Skript als solches. Dann nehme ich hier Cut. Das trennt mir beim Doppelpunkt die Eingabezeile, die ich hier noch habe. Also den Namen, der wird getrennt von der Größe. Und mit F2 sage ich das Feld 2. Also das, was nach dem Doppelpunkt steht. Also nach dem ersten Doppelpunkt Feld 1. Also F1 wäre das, was davor steht. Wenn ich das jetzt auch noch mal dazu kopiere, dann sieht das so aus. Dann habe ich jetzt das hier. Das ist ja schon mal ganz gut. Das Blöde daran ist, da ist noch so ein Leerzeichen davor und MB steht am Ende. Das möchte ich eigentlich auch noch loswerden. Also nächster Teil davon, von diesem interessanten Skript hier oder diesem Shell-magischen Zeugs da. Ich nehme jetzt hier Z, den Streaming Editor. Damit werde ich alle Zeichen, die 0 bis 9 sind, verwenden. Und die ist davor, das heißt nicht. Also alles, was keine Ziffer ist, 0 bis 9, wird ersetzt durch das, was zwischen diesen beiden Schrägstrichen steht. Also durch gar nichts. Also das wird gelöscht. Also nur noch Ziffern sollten nach dieser zusätzlichen Erweiterung da sein. Wenn ich das Ganze jetzt noch richtig ergänzt habe, also hat einmal hier nicht geklappt, aber das habt ihr ja nicht gesehen, dann sieht diese Zeile jetzt so aus. Und dann habe ich nur noch diese Ziffern. Also die Größe ohne irgendwelchen Ballast. Und diese Größe hier, die speichere ich in meinem Skript hier in der Variable SSD Size. Dann habe ich die schon mal drin und damit kann ich natürlich rechnen. Damit das einmal auch wirklich komplett in der Variablen drin steht, muss ich das ja auch noch einmal so ausführen. Sonst habt ihr es bloß einmal gesehen. Aber ja, in der Variablen steht es noch nicht drin. Die gibt es auch noch gar nicht. So, einmal so. Und wenn ich jetzt hier sage Echo SSD Size, dann wird der Inhalt von der Variablen ausgegeben. Um Variablen zu kennzeichnen, kommt noch das Dollarzeichen davor. Und das ist jetzt auch wirklich da drin, genauso wie wir das brauchen. Als nächstes mache ich was ähnliches. Ich nehme mir jetzt aus dem Proc Mem Info, da stehen Informationen über euren verbauten Arbeitsspeicher drin. Und über Grab hole ich mir eine Zeile raus, die Mem Total heißt. Also der komplett verbaute Arbeitsspeicher in Megabyte oder vielmehr in Kilobyte steht dort drin. Den ziehe ich mir dadurch raus. Und dann mache ich wiederum was ähnliches. Ich möchte wiederum bloß meine Ziffern daraus haben. Und das Ganze teile ich durch 2048, also 1024, wäre die Umrechnung von Kilobyte zu Megabyte. Dann habe ich schon mal in Megabyte da drin. Und die Empfehlung ist, dass man die Größe von dieser Log Partition so berechnen sollte, dass sie die Hälfte von dem verbauten Arbeitsspeicher ist. Und das mache ich hier über das hier. Also erstmal die Größe vom Arbeitsspeicher rauslesen. Und mit diesem Dollar und Klammer wird das erstmal intern aufgelöst. Und dann wird an dieser Stelle quasi die berechnete Zahl eingetragen. Und dann wird hier durch Schrägstrich geteilt 2048. Und durch diese eckige Klammer wird die Berechnung durchgeführt. Und da gehört auch hier ein Dollar davor. Also von da bis da wird berechnet. Und der Inhalt wird in half ram geschrieben. Dann habe ich meine zweite Variable. Weil ich das jetzt einmal hier ausführe, sollte wiederum nicht zu sehen sein. Aber wenn ich den Inhalt mir angucke, dann habe ich hier das Gegenstück zu 16 GB RAM nach dieser Berechnung. Also 32 GB ist der verbaute Arbeitsspeicher. Und durch die Halbierung sind wir bei ungefähr 16 GB. Jetzt geht es auch wirklich darum, um die Partitionierung anzufassen. Als erstes mache ich so ein Disk Label in der Variante GPT. Das ist die Empfehlung dabei. Ich weiß nicht, ob es auch anders gehen würde mit so einem MS-DOS-Label. Aber das stand in dieser Dokumentation von Proxmox drin, dass man das so machen sollte. Also mache ich das jetzt auch. Damit legen wir eine Partitionstabelle an. Und wenn ich das jetzt auch wirklich physikalisch auf der SSD mache, sieht man wiederum nichts. Aber wenn ich jetzt einmal gucke, parted minus L, dann kommt hier nicht mehr diese Fehlermeldung, sondern dort steht, dass wir jetzt eine Partitionstabelle mit GPT-Format haben. Und dass wir hier so, ja erstmal nichts haben, aber es könnte was kommen. Und das kommt auch gleich. Dann wieder zurück. Dann lege ich als erstes die Log-Partition an mit den berechneten Größen. Also die Hälfte vom RAM kommt hier rein. Und durch Dollar geschweifte Klammer wird nochmal gesagt, dass die Variable bloß half RAM heißt. RAM, wie auch immer. Und dass MB kein Teil von diesem Variablen-Namen ist, sondern MB hinten rangekleistert wird. Und die Partition soll anfangen beim ersten MB. Also von 0 bis zum ersten MB bleibt es frei. Das soll man immer so machen. Wegen Aligning. Dazu habe ich auch schon mal was gemacht. So ein Auto oder so. Dann funktioniert das irgendwie besser. Also auch bei SSDs. Das Kommando zum Anliegen von der Partition ist mkpart. Und log ist die Bezeichnung, wie diese Partition heißen sollte, damit man die besser wiederfindet. Dev ist natürlich wiederum der Gerätenname von unserer SSD. Und minus s heißt, ja führe jetzt diese Befehle, die hier kommen, aus, ohne irgendwie Rückfragen zu machen. Und naja, partit ist halt das Programm für diese Operation. Wenn wir das jetzt auch wiederum einmal nehmen und ausführen, sieht das denn so aus. Wieder unspektakulär, genauso wie es sein soll. Und wenn wir uns wieder anschauen, wie sich das verändert hat, dann haben wir jetzt hier die erste Partition. Wurde angelegt. Sie beginnt bei einem MB und hört bei 16 GB auf. Die Größe ist eben auch 16 und der Name davon ist log. Damit hätten wir schon mal die erste. Dann machen wir quasi dasselbe nochmal mit der Cage-Partition, also mit dieser Schreibpuffer-Partition. Und dort berechnet sich der Anfang nach dem Start von dieser ersten Partition. Und das Ende davon ist die Größe von unserer SSD. Also das beginnt nach der ersten Partition und geht bis zum Ende. Das kopiere ich mir auch hier wieder raus und wechsle einmal rüber, führe das da aus. Genau. Und dann sieht man auch wieder nichts. Nichts sehen ist immer gut. Man sieht mich immer bloß Federmeldungen. Und dann haben wir unsere zweite Partition, die quasi genau den Speicher, der noch frei ist, einnimmt. Und dann haben wir hier unsere Puffer-Cage-Partition. Das ist schon mal soweit ganz gut. Und jetzt müssen wir unserem ZFS bzw. unserem Pool, also unserem RAID noch sagen, dass es diese Partitionen verwenden soll. Also Z-Pool ist dieses Kommandozeilen-Programm, wo man was hinzufügen kann. Und ich möchte einmal den R-Pool, der heißt unter Poxmox immer so. Das ist dieser Speicherbereich aus allem, woraus man sich was rausnehmen kann, um so virtuelle Partitionen zu bauen. Das wird dort angegeben über den Parameter "-f", dass es sich darauf bezieht. Ich hätte auch mehrere Pools anlegen können, aber bei Proxmox gibt es eben diesen, der R-Pool heißt. Log sagt hier, als nächstes kommt meine Log-Partition, die der Gerätename ist und die 1, weil das die erste Partition ist. Und genauso wie mit Cage, unserem Schreibpuffer, da ist es der Gerätename und die zweite Partition. So, das kopiere ich natürlich auch wieder. Und füge das gleich einmal ein. Und dabei sieht man wiederum nichts. Das ist wiederum natürlich gut. Und sonst würde es Federmeldung geben. Und wenn ich jetzt mit Z-Pool-Status gucke, was sich dort ergeben hat, habe ich hier meinen Pool, den einzigen Pool, der R-Pool heißt. Der ist online, das ist natürlich auch gut. Und ich habe hier einen Mirror, also ein RAID 1, wo auf jedem physikalischen Datenträger quasi dasselbe drauf ist. Also wenn einer ausfällt, ist es kein Problem. Wenn zwei ausfallen, ist es auch noch kein Problem. Und wenn die letzte Platte ausfällt, dann habe ich ein Problem. Aber solange ich mindestens eine Platte noch habe, kriege ich das Ganze natürlich wieder zum Laufen. Und hier steht jetzt bei Logs drin, Ich habe meinen Log-Zwischenspeicher auf SDD 1, der ersten Partition, und meinen Schreib-Cage auf Partition 2. Und das Ganze ist alles online und das ist soweit gut. Und jetzt sollte das System insgesamt etwas schneller laufen, wenn das Schreiben wirklich der Flaschenhals ist, was es bei uns allerdings eher weniger sein sollte. Die CPUs sind relativ alt und daran liegt es sehr. Ja, wenn ihr was Aktuelleres habt, ist das aber vielleicht ein ganz guter Tipp. Ja, das war es denn dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, vielleicht wieder einen Schritt weitergebracht. Das Ganze ist jetzt quasi aus dem wahren Leben. Vorbereitung für unsere Kilo Open Source und Linux Tage, womit ich mich neben vielen anderen Tätigkeiten auch noch rumschlage. Information zu meinen Dienstleistungen, zu meinem Softwareverteilungssystem M23 und alles mögliche, was ich sonst noch so mache, findet ihr natürlich hier. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Hier abonnieren, Glocke drücken, weitersagen und bis dann. Und tschüss. Dann pense an. Untertitelung des ZDF, 2020